Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Du möchtest mit dem Laufen beginnen, doch immer wieder stellen sich kleine Hindernisse in deinen Weg, die dich daran hindern. Dein Kopf hat vielleicht die falsche Einstellung, nämlich dass die mentale Einstellung nicht passt oder du behinderst dich gerade in deinem größten sportlichen Tief. Wir schauen uns heute 5 Probleme an, die gerade beim Laufanfang oft auftreten und dich mit dem Beginn etwas hindern. Also, legen wir einfach gleich los. Eine der größten Blockaden entsteht direkt bei dir im Kopf selber. Wenn du dir einfach einbildest, du bist für den Laufsport zu langsam. Alle anderen, die du kennst, laufen schneller als du und du kommst dir vor, als würdest du auf der Strecke fast kleben bleiben. Aber es ist gerade beim Laufanfang völlig egal, wie schnell du laufst. Du musst dir in deinem Kopf noch klar darüber werden, dass du beim Laufen, auch wenn du langsam bist, noch immer schneller bist als alle anderen, die gar nichts machen. Und selbst wenn du extrem langsam laufen gehst oder am Anfang Laufen, Gehen im Wechsel machst, bist du noch immer sportlicher und besser unterwegs als alle anderen, die nichts machen. Und genau das muss dir in deinem Kopf bewusst werden. Und wenn du dann lange daran bleibst, dann wirst du sicher merken, der Fortschritt kommt und dein Lauftempo wird von Mal zu Mal besser und die Blockade im Kopf wird immer kleiner werden. Gerade wenn du dich noch am Anfang befindest, dann bist du vielleicht nicht so sicher, machst dir Gedanken, wie schaue ich beim Laufen aus. Und oftmals läufst du ja dann auf Laufstrecken, wo auch Nichtläufer sind, Spaziergänger, Leute, die im Park sitzen oder andere Leute. Und dann hast du ein ungutes Gefühl. Verständlich. Das musst du versuchen einfach auszublenden und was dir da helfen kann, geh zum Beispiel in den Wald laufen, lauf am Abend, lauf in der Früh, wo weniger Leute unterwegs sind. Gerade im Sommer ist es eh besser, weil es noch nicht so heiß ist. Und du musst einfach vergessen, darüber nachzudenken, was andere über dich denken. Schau einfach, dass du bewusst dich bewegst, geh laufen und wenn dein Laufrhythmus, dein Laufstil noch nicht so perfekt ist am Anfang und es etwas gequälter ausschaut, du vielleicht einen roten Kopf hast, ja, dann ist das eben so. Das gehört zum Sport dazu und das Training macht dich besser. Und egal was andere denken, du siehst dich wahrscheinlich eh nie wieder, zieh einfach dein eigenes Ding durch und hab Spaß an der Sache. Lass dich da nicht von anderen beeinflussen. Ein weiteres Hindernis, was sich oft in den Weg stellt, wenn es um den Laufanfang geht, dann ist es die Motivation. Du möchtest zwar einerseits mit dem Laufen beginnen, doch auf der anderen Seite kannst du dich nur schwer dazu überwinden, von der Couch aufzustehen und hinauszugehen. Gerade wenn vielleicht draußen das Wetter nicht schön ist oder es im Winter schon frühzeitig dunkel wird. Dann ist die Motivation oftmal im Keller. Und gerade bei diesen Punkten musst du dir bewusst wieder in den Kopf werfen, warum du das Ganze eigentlich machst, warum du mit dem Laufen beginnen willst. Und der erste Punkt ist meistens bei allen gleich, weil du einfach deinem Körper etwas Gutes tun willst. Und selbst wenn du bei schierchem Wetter mal einen Tag auslässt, weil die Motivation wirklich im Keller ist, machst du dann dafür am Tag darauf wieder etwas. Also es ist überhaupt nicht schlimm, wenn du mal ein Training auslässt, wenn die Motivation vielleicht zu diesem Zeitpunkt nicht auf 110% ist. Auf Dauer muss sie recht hoch sein und da musst du dir einfach deine Ziele setzen, warum du laufen willst, warum du das Ganze machst und du musst es wirklich für dich selber tun. Weil wenn du es nur für wen anderen machst, weil der dir einredet, du sollst mit dem Laufen beginnen, dann wird die Motivation in dir selber nie so groß sein, dass du dich jeden Tag dazu überwinden kannst hinauszugehen. Also, werd dir bewusst, warum du das machen willst, weil dann steigt deine Motivation. Und deine ganzen Ziele, die du vielleicht setzt, kannst du auch gerne niederschreiben und irgendwo aufhängen, damit du jeden Tag daran vorbeigehst und dir deine Ziele wieder bewusst in den Kopf rufst. Keep it simple. Genau danach sollte dein Laufanfang auch eigentlich starten. Das heißt, mach dir keine großen Gedanken, was für Ausrüstung brauche ich. Brauche ich Schuhe mit 6mm oder 9mm Sprengung? Brauche ich jetzt da vielleicht noch irgendwelche zusätzlichen Materialien? Eine High-End Laufuhr oder vielleicht einen Poolskurt, ein Laufkapperl, was auch immer. Nein, du brauchst eigentlich nur die richtigen Schuhe. Die holst du dir im Lauffachgeschäft, ziehst dir dann vielleicht eine Sportleibung, eine Sporthose an und kannst loslegen. Alles, was dann danach dazukommt, das ergibt sich eh von selber. Du wirst dann draufkommen, ja, vielleicht brauche ich noch einen Fitness-Tracker oder vielleicht noch irgendwie so eine sportliche Tasche, damit ich besser zum Training fahren kann. Aber mach dir da gar nicht so viele Gedanken. Schau, ist Laufen überhaupt das Richtige für dich? Macht es dir Spaß? Und bevor du da jetzt versuchst, 100.000 Dinge aufzutreiben, zu kaufen, Geld zu investieren, schau, dass du es eben einfach hältst, keep it simple und dann kann eigentlich nicht so viel schief gehen und du kannst auch jederzeit dann wieder sagen, ja, es ist doch nicht das Richtige und du wechselst zu einem anderen Sportart. Da ist dann gar nichts verhaut zum Beispiel. Das letzte Hindernis ist leider sehr schwer vorausschaubar und kommt von tierischer Natur. Viele Läufer und Läuferinnen haben extreme Angst vor Hunden. Dagegen kann man auch nur extrem schwer was machen und es ist eigentlich nicht bezwingbar, die Angst. Und gerade auf der Laufstrecke passiert es dann, dass man einem Hund nach dem anderen begegnet. Dann ist es einerseits klar, dass die Motivation etwas hinunter geht und auf der anderen Seite macht der Lauf überhaupt keinen Spaß, weil man Angst hat. Wie kann man jetzt die Hunde am besten vermeiden? Du kannst einerseits schauen, dass du Laufrouten wählst, wo weniger Hunde sind. Vielleicht in deiner Gegend, wo du wohnst, weißt du, was die klassischen Gassirunden von den Hundebesitzern sind und die gilt es dann zu vermeiden. Wenn du mal deinem Hund begegnen solltest und du hast wirklich Angst, dann einfach nicht vorbeilaufen, sondern einfach kurz die Uhr stoppen und vorbeigehen, bis die ganze Situation wieder aus deiner Sicht angstfrei bewältigbar ist. Weil mit der Angst ist es nicht sinnvoll, beim Hund vorbeizulaufen, weil Hunde spüren das meistens, wenn die anderen Leute schon Angst haben und dann wollen sie erst zu der Person hin. Also einfach schauen, dass du das Ganze vermeiden kannst und wenn du deinen Lauf unterbrechen musst, dann unterbrich ihn einfach, weil es ist überhaupt kein Problem. Das war es auch schon wieder mit dem Video. Wir hoffen, die 5 Tipps der häufigsten Blockaden bei Anfängern helfen dir weiter, um möglichst viel Spaß im Sport finden zu können. Gerne kannst du uns doch unten in die Kommentare schreiben, ob du schon mal mit einer dieser Blockaden zu kämpfen hattest oder ob bei dir vielleicht eine andere aufgetreten ist. Jeder Tipp, den wir erfahren, den ihr der Community geben könnt, hilft vielleicht anderen, um besser zu werden, um sich weiter im Sport steigern zu können und auch einfach mental vielleicht fitter zu werden. Vielleicht hast du den Laufanfang schon hinter dir oder er steht gerade bevor. Wir wünschen dir auf jeden Fall weiterhin viel Spaß beim Sport. Wir sehen uns dann wieder nächste Woche mit einem neuen Video. Bis dahin, haut rein!